Hallo, ich bin Bettina, ich bin Jugendpfarrerin für Österreich. Ich bin Lukas und ich bin Störberin der Vorsitzenden. Und dieses Jahr im Jahr der Schöpfung haben wir uns überlegt, hauen wir mehrere Challenges raus. Und du Lars hast gesagt, wir dürfen dich challengen und es darf auch ein bisschen wehtun. Deswegen haben wir uns überlegt, Lars, Superintendent in Niederösterreich, das ist ein schweißtreibender Job und du hast ein schweißtreibendes Hobby. Deswegen haben wir uns gedacht... Da kommt natürlich viel Wäsche zusammen. Und deswegen möchten wir dich herausfordern, dass du deine gesamte Sportkleidung ein Monat lang ganz Oldschool per Waschbrett wäscht, um so wenig Strom zu verbrauchen und bitte scharf drauf, wenig Waschmittel zu verwenden. Hallo, ich bin Bettina, ich bin Jugendpfarrerin für Österreich. Ich bin Lukas und ich bin Störberin der Vorsitzenden. Und dieses Jahr im Jahr der Schöpfung haben wir uns überlegt, hauen wir mehrere Challenges raus. Und du, Lars, hast gesagt, wir dürfen dich challengen und es darf auch ein bisschen wehtun. Deswegen haben wir uns überlegt, Lars, Superintendent in Niederösterreich, das ist ein schweißtreibender Job und du hast ein schweißtreibendes Hobby. Deswegen haben wir uns gedacht... Da kommt natürlich viel Wäsche zusammen. Und deswegen möchten wir dich herausfordern, dass du deine gesamte Sportkleidung ein Monat lang ganz Oldschool per Waschbrett wäscht, um so wenig Strom zu verbrauchen und bitte scharf drauf, wenig Waschmittel zu verwenden.